Da ist ein Kinderherz gebrochen. 18 Euro, der Luftballon. Rund geblasen. Da geht er dahin. Und Keimer hat ein Luftgewehr eingesteckt. Man hat nicht alles. Wo ist denn der Besitzer? Also wenn das Kind, dem der Luftballon abhanden gekommen ist, sich bei uns meldet, werden wir ihm ein ausgleichendes Geschenk machen, damit der Sonntag gerettet ist. Wenn das Kind sich meldet, wir rufen noch mal ganz kurz auf. Also das Kind, was den grünen Traktor verloren hat, das ist für eine komische Durchsache, die gibt es normalerweise nur auf dem Land. Also Kinder haben eine große Faszination für Traktoren. Traktoren werden auf dem Land eingesetzt.